Na hallo zusammen, hier ist die Deutsche Laa und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute würde ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal unter Quests und an Shadowlands finden. Und zwar haben wir den Erfolg dieser Armee und für diese Achievement müssen wir folgendes machen. Schließt die Quest ihr und welche Armee einmal mit jedem der verschiedenen Champions ab. Ist eigentlich eine relativ einfache Sache, bloß ist das ein bisschen langwierig das Ganze und es gibt einen kleinen Trick, wie wir das ein bisschen beschleunigen können. Was müssen wir bei der Quest genau machen, beziehungsweise bekommen wir die. Wenn wir im Schlund einen Angriff haben, einen Necrolord-Angriff, die ja seit 9.1 am Start sind, ist es so, dass wir diese Quest bekommen können. Wer jetzt nicht weiß, wie diese Angriffe funktionieren, alle dreieinhalb Tage switchen die Angriffe. Heißt, am Mittwoch haben wir den Switch und dann am Samstag um 21 Uhr hat man jeweils den Switch. Also der Angriff geht dreieinhalb Tage lang, dann kommt der nächste Angriff und es gibt insgesamt vier Angriffe. Heißt, in einem Zyklus von zwei Wochen sind alle vier Covenant-Angriffe einmal. Bedeutet, den Necrolord-Angriff haben wir für dreieinhalb Tage, also für eine halbe Woche, alle zwei Wochen. Jetzt ist das Problem, es kommen vier Random-Quests von einem Set von, ich weiß nicht, es sind acht, neun Quests oder sowas um den Dreh rum. Und dementsprechend ist diese Quest auch nicht da. Heißt, es kann halt sein, dass es mal sechs Wochen lang diese Quest nicht da ist, wenn es blöd läuft, wenn ihr ein bisschen Pech habt. Dementsprechend kann es eine recht langwierige Geschichte sein, denn man braucht fünf verschiedene. Und theoretisch kann man immer nur einmal das Ding mitnehmen. Heißt, es kann halt x Monate dauern, bis man alle hat. Es gibt aber einen kleinen Trick, dass wenn einmal die Quest am Start ist, dass man alle auf einmal mitnehmen kann. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Also, wir haben jetzt hier den Necrolord-Angriff, es ist auch die Quest am Start, also ihr und welche Armee ihr seht, die haben wir hier. Und das erste, was wir machen müssen, wenn wir quasi diese Quest annehmen, leuchten dann hinten drei Typen und wir müssen einen auswählen. Das habe ich jetzt gerade schon getan, ich habe jetzt Fliegenfalle ausgewählt, den habe ich nämlich schon. Und im Normalfall, dass wir Credit für das hier bekommen, müssen wir dann die Quest abschließen, ihr und welche Armee. Und dann bekommen wir einen abgehakt und die Quest ist dann für dieses Event weg. Und wir müssen dann wieder zwei Wochen warten, bis wieder der Necrolord-Angriff ist und wir nochmal die Quest machen können. Beziehungsweise hoffen, dass die Quest ist, sonst müssen wir halt vier Wochen warten, wenn es da die Quest wieder nicht ist, sechs Wochen und dann so weiter. Gut, das ist der Normalfall. Jetzt gibt es aber so einen kleinen Trick, dass ihr dementsprechend hergehen könnt und nicht diese Quest abgibt, ihr und welche Armee, sondern dass ihr irgendeine andere Quest, die ihr hier bekommt, abgibt und trotzdem Credit bekommt. Ich hatte gestern noch zwei Stück und hatte dann, glaube ich, hier die Klinge, hatte ich da zusätzlich bekommen, denn es gibt ja vier Quests, die ihr hier bekommt. Und wenn ihr jetzt hergeht, einen Typen auswählt und eine der anderen Quests abgibt, zum Beispiel habe ich jetzt hier Tod im Wandel, das ist auch eine Quest, wo man hier bei der Invasion irgendwas machen musste. Da musste man ein paar so Seelen zusammensammeln und die gebe ich jetzt ab. Warte, ich kann euch das jetzt mal einblenden. Genau, hier fehlen jetzt noch zwei, also die Fliegenfalle auch. Und jetzt gehe ich her und gebe die Quest hier ab und ihr seht, die Fliegenfalle ist jetzt hier raus. So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt hier bei ihr und welcher Armee, brechen diese Quest ab, gehen dann hier hinten hin. Und bei wem müssen wir es annehmen? Hier, ihr und welcher Armee. Die Quest nehmen wir jetzt wieder an. So, jetzt fehlt mir noch einer, der Jettrich, und das ist dieser Typ hier. Und da gehe ich hin, wähle den aus und jetzt kann ich quasi wieder eine andere Quest abgeben. Da habe ich nämlich jetzt zum Beispiel hier, kommt so ein Punkt, da musste man, glaube ich, hier vorne einfach an der Flagge so ein paar Typen umhauen. Es ist halt auch wieder so ein Event-Quest. Ich habe den Jettrich dabei, gebe das ab und da, ich habe das Achievement. Also sprich, mit den vier Quests, die man hier hat, kann man quasi jeweils immer einen Typen abschließen und muss dann nicht wirklich die Quest abschließen, wo man die Typen auswählen kann. Es ist übrigens so, dass hier immer nur drei zur Auswahl stehen. Das switcht täglich. Ich habe gestern, hatte ich quasi zwei Typen, die ich schon hatte zur Auswahl und nur einen, den ich noch gebraucht habe. Dann habe ich gestern den einen ausgewählt, irgendeine andere Quest abgegeben, habe jetzt einen Tag gewartet. Dann standen hier drei andere Typen, beziehungsweise zwei andere, weil es sind ja nur fünf verschiedene. Und dementsprechend waren es genau die, die ich gebraucht habe und habe dann heute das Ding gemacht. Also es geht relativ easy. Übrigens, ich habe ein bisschen kack erzählt, ihr braucht Minimum zwei Events, weil ihr habt ja nur vier verschiedene Quests, die ihr hier bekommt. Und das sind fünf Typen, also zwei Events braucht ihr. Aber es geht dennoch wesentlich schneller, als wenn ihr dann fünf Events damit warten müsst. Das ist so ein kleiner Trick, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ja, gut, damit sind wir auch mit dem kleinen Achievement fertig. Schaut mal gerne in die Kommentare, wie weit ihr jetzt mittlerweile hier bei den Meta-Achievements seid. Ich bin da immer noch so ein bisschen am Abwarten. Da fehlen ja noch ein paar andere Erfolge. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten kleinen Achievement-Guide. Mich hat es gefällt, dass ihr bei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.